Dir hat das eine Menge Aufmerksamkeit gebracht, Alex. Piers Morgan hat auch viel Aufmerksamkeit erfahren und hatte diese Woche gute Quoten. Aber hat es dem nationalen Gespräch über eine verantwortungsvolle Waffenkultur wirklich geholfen? Lass mich erst noch darauf eingehen, worüber du vorher gesprochen hast. Schau, ich habe eine Leidenschaft für die Freiheit, denn ich erkenne, dass der zweite Verfassungszusatz nur eines von vielen Grundrechten ist, die ausgehebelt werden. Wenn die Regierung es nur auf die Waffenfreiheit abgesehen hätte, wäre ich nicht so besorgt. Aber ich weiß nun mal, dass Eugeniker, Globalisten die Regierungssteuern und dass sie unser Land mit Agenda 21 geplant in den Bankrott stützen wollen. Ich denke, es hat der allgemeinen Debatte geholfen. Ich denke, es lässt wirklich tief blicken, dass einige Amerikaner sich bedroht fühlen von jemandem, der wütend und konzentriert ist. Das zeigt, dass Amerika in einer Trance ist. Amerikaner sind passiv geworden im Angesicht von Ermordungen durch Drohnen, geheimen Verhaftungen, dem NDAA, Bailouts für die Banken und der Korruption an der Wall Street. Es wird Zeit, wieder einen Puls zu bekommen. Wie Howard Beale im Film Network sagte, es ist Zeit, wütend zu werden. Es ist Zeit zu sagen, ich bin ein menschliches Wesen, war dann nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Ich möchte, dass ihr ans Fenster geht, eure Köpfe herausstreckt und ruft, ich habe die Schnurze voll und ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Mein Leben hat einen Wert. Viele Leute sagen dann, oh, lasst uns einfach in Ruhe, was kümmert uns die Inflation und die Russen und die Schießereien und die Straßenkriminalität. Lass uns einfach in Ruhe. Lass uns unsere Stahlgürtelreifen haben und unsere Toaster und unsere Fernseher und unsere iPads und lass uns in unseren Wohnzimmern in Ruhe. Aber ich werde euch nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will, dass ihr erkennt, dass der amerikanische Traum zu einem Albtraum geworden ist. Unsere Freiheiten werden systematisch abgeschafft. Große Universitäten beschreiben uns als einen der schlimmsten Polizeistaaten der Welt. Wir versuchen ganz offen die Internetfreiheit abzuschaffen. Sogar die Mainstream-Medien geben das zu. Wir verlieren unsere Freiheiten. Die globalen Megabanken müssen sich nicht an die Gesetze halten, die sie uns aufzwingen. Die Offshore-Megabanken zahlen kaum Steuern, aber sie erhöhen unsere Steuern im Inland, um unseren Reichtum zu entziehen, als Alimente für die Großkonzerne. Lernt über die neue Weltordnung. Lernt über die Globalisten und wie sie die Faschisten, die Kommunisten und die Sozialisten finanziert haben. Alles, was zentralisiert ist. Lernt über Eugenik und Krebswehren in den Impfstoffen. Lernt über genmanipulierte Nahrungsmittel, die einen sterilisieren sollen. Lernt! Ich meine, ich habe hier John P. Holands eigenes Buch. Direkt hier. Lass es mich euch zeigen. In Ordnung, Alex. Ich denke, das reicht jetzt. Sie vergiften das Trinkwasser. In Anbetracht der Umstände reagiere ich vollkommen normal. Genauso hätten die Leute auf Hitler reagieren sollen. Ihr seid in Gefahr. Kommt schon! Ich weiß, das klingt wie beim Wrestling, aber ich denke, wir müssen das jetzt beenden. Vielen Dank, Alex, dass du hier warst. Ihr seid in Gefahr. Alle, die ihr zuschaut. Sie kontrollieren beide Parteien. Wacht aus eurer Trance auf! Alles klar, danke, Alex. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag.